Hi, ich bin Friederike Meier, Expertin für Energiemedizin und Heilerin, seitdem ich Kind bin. Ich habe dieses Wissen lange vergessen und habe es wieder entdeckt, als ich angefangen habe, Physiotherapie zu studieren. Da ich sehr schnell merkte, dass die Energie dahinter, die Intention, die Gedanken, die Gefühle, mit denen wir in eine Behandlung gehen, ausschlaggebender sind als teilweise die Technik. Ich kündigte meinen Job und machte mich selbstständig in dem Bereich der Energiemedizin. Und genau darum geht mein Vortrag. Ich brenne dafür, dieses Wissen erfolgreich in die Welt zu bringen, in jedem kleinsten Winkel. Ich brenne dafür, dass die Energiemedizin erfolgreich in die Schulmedizin implementiert wird und aus dieser nicht mehr wegzudenken ist. Zu zeigen, dass es nichts mit esoterischem Shishi zu tun hat, sondern dass es unsere Wahrheit ist. Ich brenne dafür, dass Energiemediziner, Medizinerinnen, Heiler, Heilerinnen in Krankenhäusern, beziehungsweise dann Gesundheitshäusern und Krankenwagen eingesetzt werden. Ich brenne dafür, dass gerade in Akutsituationen diese Menschen ihre Fähigkeiten einsetzen können. Ich brenne dafür, dieses Wissen in Universitäten zu lehren und mehr und mehr Menschen darüber bewusst zu machen, welche teilweise unglaublichen Möglichkeiten entstehen, allein durch eine Änderung von Energie. Und genau darüber wird mein Vortrag sein. Ich berichte über Fallbeispiele meiner Klienten. Ich berichte über meine eigene Geschichte, die mich doch lange sehr eingeschränkt hat und wie ich mich selbst geheilt habe. Ich berichte darüber, wie wir die Energiemedizin in unserem Alltag jederzeit einsetzen können und welche Möglichkeiten sich dadurch für unser eigenes Leben als auch für das Leben anderer entwickeln oder sich zeigen. Ich berichte darüber, wie du in Akutsituationen, seien das Schnittwunden, andere Verletzungen, Unfälle oder Traumata, wie du die Energiemedizin nutzen kannst und schnellstmöglich für eine Änderung von Energie sorgst, indem es dir gut geht. Denn wir sind alle, 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 alle schwingende Wesen mit bewussten und unbewussten Gedanken und Gefühlen. Und je höher wir in Schwingungen oder je mehr wir in Schwingungen von Liebe, Dankbarkeit und Freude sind, desto mehr geben wir anderen die Möglichkeit zu heilen. Und das ist immer, 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 immer ein direkter Bezug zu den Menschen um uns herum, zu unserer Familie, zu unserem Bekannten und letztendlich zu jedem einzelnen Wesen hier auf dieser Welt. Ich freue mich riesig, dass ich mit dabei bin. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und dass wir beide die Möglichkeit haben, zu wachsen. Alles Liebe und bis bald. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist.